Hallo, ich bin der Michael, ich bin der Vorsitzende vom SSV. Wir tragen hier unser diesjähriges, alljährliches Beachvolleyball-Turnier aus. Es ist ein Riesenerfolg wie immer und ich hoffe, dass meine Mannschaft, die Old Bones, die alten Herren, dieses Jahr gewinnt. Es war ein sehr anstrengendes Spiel, man muss natürlich anders wie in der Fußballsprache hoch spielen und hoch gewinnen, aber es hat sich so die Waage gehalten bei uns. Roller an. Hey Old Bones, auf geht's Männer! Feuer frei jetzt! Ja! 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 Hey! 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 Unser Arme, Junge, wir hätten doch nicht gedacht, dass wir so viele Spiele waren. Das ist genau, oder? So, Fimri! 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 Fimri!